Das Spiel war einfach auch wichtig nach der Pause, nach dem Urlaub und dann nach der kurzen Phase des Trainings, auch des Mannschaftstraining, dass wir wieder einfach einen Rhythmus reinbekommen und das war sehr gut. Ich habe es auch der Mannschaft gesagt, dass ich schon etwas mehr angespannt war, als dass ich normal bin, weil ich einfach auch einen gewissen Respekt hatte vor Chelsea, weil die Mannschaft natürlich sehr, sehr viel Speed auch in ihren Reihen hat. Von daher war ich natürlich klar sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir nach der kurzen Pause auch wieder reingekommen sind und was wir auch gezeigt haben. Und wir waren sehr dominant, gerade die ersten 30 Minuten, die waren richtig gut und haben den Gegner versucht, immer wieder unter Druck zu setzen. Natürlich wollen wir uns vorbereiten auf Barcelona, aber es geht natürlich auch darum, dass wir uns an die Temperaturen gewöhnen. Es ist ganz wichtig und deswegen haben wir auch genutzt, dass wir frühzeitig auch nach Portugal fliegen. Das wird morgen Nachmittag sein. Also wir haben heute nach dem Spiel schon Regeneration und nochmal eine Trainingsinheit gemacht, weil wir morgen früh einfach auch haben wollten, dass die Spieler bei ihren Familien einfach nochmal Zeit haben, auch zu frühstücken, Mittag zu essen und wenn wir dann irgendwann im Nachmittag dann Richtung Algarve, Richtung Faro fliegen.